Ich habe euch letzte Woche eine Geschichte vom Kater erzählt, nicht wahr, der eine Füchsin geheiratet hat. Und diese Woche erzähle ich euch ebenfalls wieder von Katzen. Vielleicht liegt es daran, dass ich seit einigen Monaten ebenfalls einen kleinen Kater habe. Wer weiß. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr eigentlich auch Katzen oder Hunde? Mögt ihr mir das schreiben? Ihr findet in den Shownotes die Adresse, da könnt ihr mir doch einfach mal wieder ein Bild malen oder etwas schreiben. So, aber jetzt zur Geschichte. Denn es waren zwei Katzen, die hatten ein Brot gefunden. Und jetzt überlegten sie, wie sie dieses wohl am besten teilen könnten. Und in dem Moment kam ein Affe daher. Dem lief das Wasser im Mund zusammen, als er das Brot sah und er dachte bei sich, das will ich haben. Und so sagte er zu den Katzen, wenn ihr euch nicht einig werdet, so kann ich euch wohl helfen. Nichts einfacher als das. Ich werde je zwei gerechte Teile auswiegen. Das sagte er und verschwand. In Windeseile kam er mit einer Waage zurück und er begann, das Brot zu teilen. Erst biss er von der einen Hälfte ab und dann von der anderen. Und immer war es so, dass ein Teil schwerer war als der andere. So biss er wieder von der einen Hälfte und dann von der anderen Hälfte ab. Und als von dem Brot fast gar nichts mehr übrig war, da sagten die Katzen, gib uns unser Brot wieder zurück, wir wollen es uns selbst teilen. Da erwiderte der Affe, der Rest, den gebe ich nicht zurück, das ist der Lohn für meine harte Arbeit, sagte es und stopfte sich den letzten Bissen in das Maul. Und die Katzen, die mussten wieder Mäuse fallen. Kampmeiers Kinderkanal